Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MyGM und NBA 2K17. Ja, in der letzten Folge zwei Siege gegen die San Antonio Spurs. Ansonsten sieht es bei den Suns auch ganz gut aus. Boston liegt 0 zu 1 hinten gegen die Chicago Bulls und die Nets rund um Allen Iverson liegen mit 2 zu 0 vorne. Mal schauen, ob die Atlanta Hawks da noch irgendwie was entgegenzusetzen haben. Jetzt kümmern wir uns aber erst mal um das erste Auswärtsspiel gegen die San Antonio Spurs. Starten da auch direkt. Rein das mit den Jerseys, das kam ja in der letzten Folge echt ziemlich gut an. Dann würde ich sagen, machen wir da vielleicht einfach so ein klein wenig weiter. Man muss auch sagen, es gibt auch ein paar Dinge, die schauen echt richtig geil aus. Auch hier klassisch Auswärts 1, das finde ich eigentlich auch ganz nice. Und bei den Spurs können wir da bestimmt auch nochmal was machen. Das finde ich zum Beispiel mega geil. Dieses alternative silberne Jersey. Mir gefällt das einfach richtig. Zum Beispiel das Bright hingegen fände ich wieder mega kacke. Das sieht so, naja. Es soll ein bisschen so Army-Style sein. Aber wenn man irgendwie... Irgendwie erinnert mich das Ganze immer an Minecraft. Dann Weihnachten. Okay, nee. Das erinnert mich komplett an die Clippers. Die haben gar nicht so eine große Auswahl. Da würde ich sagen... Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Alternativ und... Ah, okay. Da ist das Logo einmal... Ah, ja. Ja, gut. Dann machen wir doch einfach das. Nur, dass ich... Jetzt hätte ich beinahe auch X gedrückt. Dann hätte ich für die Spurs gespielt. Das wäre nicht ganz so gut gewesen. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht. Mir geht es auf jeden Fall... Joa, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Soweit. Alles noch ein bisschen ungewohnt. Aber komme ich schon rein. Dass ich halt wirklich merke, dass ich in der Früh erstmal eine Stunde im Auto... zur Arbeit fahren muss und am Abend noch eine Stunde zurück. Aber ich denke, das ist auch alles bloß Gewöhnungssache. Da komme ich schon rein. Ich habe schon einen Plan für die Playoffs, aber... Äh, für die... Nicht für die Playoffs, sondern für die Off-Season. Aber ich glaube, ich behalte ihn erstmal noch. Behalte ihn erstmal noch, finde ich. Es geht um zwei Positionen. Also einmal, ich will unbedingt... Ich will unbedingt Porzingis haben. Ich möchte Lennart holen. Ich bin dazu bereit, alle abzugeben. Bis auf Kobe. Und dann möchte ich... Einen der ersten drei Picks haben. Das ist der Grundgedanke. Den habe ich mir jetzt mal so... spirituell und visuell gesetzt. Ob das klappt. Er steht wieder unter einem ganz anderen Stern. Also, sagen wir, Fals auf der Eins. Als... Einer der ersten drei Picks. Auf der Zwei Kobe. Auf der Drei Lennart. Auf der Vier Porzingis. Und auf der Fünf. Mal schauen. Irgendeinen soliden Center, der mir die Bälle runterpflückt. Und vielleicht im Hookshot, im Post, gar nicht so schlecht ist. Alter, wie kann er den... Okay. Richardson... Quick Hands. Und dann mit dem Mega-Steel. Und dann noch ein Pace. Dass ich kein Zentimeter hinterherkomme. Der Spindler war wieder viel zu offensichtlich. Rein zu Hoffman. Und dann springe ich zu früh hoch. Den hätte ich locker bekommen können. Richardson... Bamsons den 3 ins Gesicht. 5-0 Führung. Und Angelo wird wieder... Ich hab's fast befürchtet. Ich hab's fast befürchtet. Und dann kommt der Monsterblock von Wiggins. Und Kobe macht den ganz souverän rein. Gleich mal den Lauf der San Antonio Spurs gestoppt. Und Lennart ordentlich abgeräumt. Lumbly. Versucht halt tatsächlich... Ins 1 gegen 1 zu gehen. Und den krieg ich nicht. Und Wiggins schafft es nicht... Den reinzulegen, ja. Angelo. Ja, okay. Ja, es war klar. Schön. Ja, schön gespielt. Ansonsten schreib mir ja gerne mal in die Kommentare, was deine Wünsche für die Offseason wären. Äh... Okay, ein paar Wünsche weiß ich schon. Ante Tukumbo. Wahnsinn, wie oft dieser Name fällt. Der scheint da draußen, ne, ganz schön viele Fans zu haben. Unter meinen Leuten, ne? Oh. Das darf nicht passieren. Wenn Angelo den unten nicht berührt hat, ich glaub Hoffmann war nicht dran. Ja gut, müssen wir jetzt nicht reingucken, ne? Fällt. Okay, der Weg ist wieder frei. Und Lennart revanchiert sich. Dieser Sack. Und ich kann eben nicht mal business sein. Na, Wendl mit dem ersten Personal, komplett unnötig. Greift da unnötigerweise rein. Ja, überhaupt kein Play, kein Spielzug. Jetzt geht's rein. Und da kommt die Defense. Einfach mal sowas von abgeräumt. Und jetzt... Ja, mit Wendl-Chomper ist nicht die Stärke von... Das ist einfach nur sehr, sehr schön gespielt. Und Kobe aus dem Eck. Auch stark. Wichtig, um dran zu bleiben. Das ist falsch verteidigt. Julius Wendl. Das ist komplett falsch verteidigt. Man steht immer zwischen... Mann und Korb. Und niemals dahinter. Das lernt man... Scheiße. Das lernt man sogar in der Grundschule. Ja! Schön. Kobe mit dem Block. Ist ja voll die Blockparty hier auf beiden Seiten. Was ist da los, ey? Heyward. Gute Defense. Gute Defense. Schön. Jungs, bleibt dran. Nein! Ja, aber klar, Hand berührt. Und unten am Fuß hat er ihn, glaube ich, auch noch berührt. Nee, zu der Zeit, wo ich wirklich meine Grundschul... Schüler noch trainiert habe. Auch, weil das sehr schwierig ist, die erstmal zu dem Level hinzubekommen, mit denen ein Spiel zu machen. Das glaubst du gar nicht. Bis sie die Regeln kennen und bis die wissen, dass sie ihre Position halten müssen und etc. Aber auch da einfach schon. Solche kleinen... Jetzt muss ich den erstmal reinmachen. Solche Kleinigkeiten einfach ansprechen. Dass man immer zwischen dem Mann, also dem Angreifer und dem Korb steht und niemals dahinter. Und dann die nächste Defense-Aktion. Und der geht wieder nicht. Hoffman ganz stark. Ich sag ja, es ist wirklich gerade eben eine Blockparty. Ich glaub, wir beruhigen jetzt erstmal ganz kurz das Spiel. Ja, okay, das war jetzt wieder unnötig. Diesen Pass hätte ich gar nicht mehr spielen brauchen. Den Pass, der keinen besseren Wurf kreiert, als den, den ich gerade eben schon gehabt hätte. Und der nächste, der runtergeholt wird. Ja, schöner Dreier von Wiggins. Und damit der Ausgleich. Und mit diesem Ausgleich starten wir rein in die erste Simulationsphase. In der wir die Spurs mal ganz locker, trocken, geschmeidig, aber sowas von gegen die Wand spielen, dass wir gar nicht mehr eingreifen müssen. Wiggins mit 22, hoffen wir. Mit solchen Aktionen macht das mir nicht leicht, ihn herzugeben. Das ist einfach Wahnsinn. Was der Typ runterpflückt in jedem Spiel, das ist nicht menschlich. 16 von Kobe, 15 von Smart Angelo. Naja, auch wieder mit den Assists richtig schön dabei. Covington von der Bank. Das ist so ein Spieler, der ist einfach geil. Den wirfst du rein 14 Minuten, der hat ein Minimum-Minimalvertrag und ballert dir halt trotzdem da die 12 Punkte rein. Also das ist einfach richtig nice. Und auf der anderen Seite, es ist Hayward und Lennart. Und die anderen scoren nicht. Und deswegen kannst du einfach nicht gewinnen. Das kannst du, wenn in Blumley halt 9 Rebounds runterholt, aber nur 2 Punkte macht. Dann kannst du solche, dann kannst du so eine Serie auch nicht gewinnen. Deswegen führen wir Souverän mit 3 zu 0. Ja, wir sollen sie sweepen. Ich trage diesen Besen schon den ganzen Tag mit mir rum, aber nicht, weil ich damit Sommer machen will. Ich werde unsere Gegner wegfegen. Das garantiere ich ihnen. Sweep, 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 baby. Hauptsache er ist bei 100% und mega gut gelaunt. Und die Bulls erhöhen auf 2 zu 0. Was ist da denn los? Okay. Das wäre schon eine Überraschung, wenn die Bulls die Celtics raushauen mit der Konstellation. Und die Bulls, habt ihr es gerade eben noch gesehen? Die Bulls führen mit 3 zu 0. Was macht Boston bitte? Was treiben die? Ey, jetzt schauen wir uns nochmal das Team an. Von den Bulls. Ey. Nichts wie ungut, aber nicht mal einen der, ja, Legenden-Superstars. Okay. Timmy, Duncan, aber auch irgendwie, glaube ich, verletzt, weil er nur 76 hat. Und Boston, schaut euch dieses Team an. Dann Hammonds, Durant, Loya, Embiid. Von der 6 kommt ein Crowder. Dann kommt noch ein Isaiah Thomas von draußen. Ein Pöltl, der hat mittlerweile auch 80. Deadman mit 77. Was ist los mit denen? Schaut euch dieses Team an. Bis hinten Stanley, 77. Und dann haben sie den Curry mit 70, der wahrscheinlich der, der einzige ist, der hier irgendwie unter der, 75-Rund krebst. Also, Wahnsinn. Das wäre auf jeden Fall die Überraschung in den Playoffs. So, jetzt spielen wir mit unseren klassischen Heim-Jerseys. Und auf der anderen Seite. Die finde ich eigentlich auch ganz nett. Machen wir die mal. Ja, ansonsten, es wird auch spannend, wie es bei den Spurs weitergeht. Tony Parker wird nicht jünger. Ginobili wird nicht jünger. Danny Queen wird nicht jünger. Es sind Legenden. Aber, auch von der Spielweise her, was sie einfach für eine Intelligenz haben, im Gegensatz zu den jüngeren Spieler. Man sieht das, glaube ich, bei jedem Spiel, was man sich wirklich komplett anschaut. Trotz allem wäre es einfach geiler, wenn du einen Danny Queen und einen Ginobili von draußen bringen könntest, als Backup. Und jetzt nicht in den Playoffs teilweise Minuten geben musst, ohne Ende. Ich bin mal gespannt, ob an der Story mit Lowry was dran ist. Ob das irgendwie zustande kommt. Das wäre definitiv nicht schlecht. Muss man schon auch ganz klar sagen. Erfahrung haben sie genügend, dass Popovic immer auf Erfahrung setzen wird. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wobei man sagen muss, wie Popovic dieses Zusammenspiel zwischen älteren Spielern und jüngeren Spielern, die sie auch durchaus haben, darf man nicht vergessen, hinbekommt. Das ist einfach nur, es ist richtig nice. Richtig nice sind auch diese Jerseys. Wir sind im vierten Spiel, wo man alles nach Plan läuft. Dann wird das ein Sweep. Und Kobe startet gleich mal mit einem monströsen Dunk. Ein Up and Under Dunk, sage ich dazu gerne. 2 zu 0. Wenn du 3 zu 0 führst, hat uns der Druck beim Gegner natürlich wahnsinnig hoch. Geht nicht. Kein Problem. Passt zu Angelo. Der stoppt ganz kurz ab. Kobe. Ganz souverän gespielt. Und den muss Randle natürlich reinmachen. Den muss er reinmachen. Lennart. Wiggins. Spielt ihr nochmal raus. Ich wollte gerade sagen, wenn Wiggins jetzt raus... Ja, aber der passt zwar nicht gut. Jetzt wird's dangerous. Und Kobe macht ihn halt rein. Das ist halt einfach... Black. The Black Nose. Aber der war nicht... Aber er steht halt beim Freiburg einfach bei geschmeidigen 99%. Da ist es schwierig, daneben zu werfen. Ja, faul. Unnötig. Mach ich jetzt einfach... Einfach mal. Weil ich Covington das auch einfach zutraue. Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich so eine Position, in der er die Dinger souverän reinmacht. Auch wenn es keine Hotzone ist. Lennart bitte da hinten zumachen. Das hat man einfach schon gesehen, dass das Play über ihn gehen wird. Die Fans. Funktioniert. Ja, der Weg wird da nicht frei. Angelo macht die nicht. Geh mit Wiggins drauf. Und es ist ein Blockfoul. Ja gut, jetzt muss... Muss Wiggins sowieso raus. Ob er will oder nicht. Oh, das war... Oh mein... Alter! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße. Aber kein Problem. Dadurch, dass wir mit 7-2 führen. Versuchen, es schnell zu spielen. Wieder über Lennart. Der kurz anfängt. Gibt ihn raus zu Richardson. Und da kommt die Monster-Defense. von D'Angelo. Hat sich ja einer beschwert. Oder beschwert in Anführungsstrichen. Dass ich immer Angelo sag. Deswegen, bitte. Ich kann auch, dass sie gerne vorne dranhängen. Bei mir bleibt er trotz allem immer Angelo. Der gehört uns. D'Angelo. D'Angelo raus zu... Der ist eine Katastrophe. Jetzt kommt Hoffmann. Passt auf, Leute. Oh! Oh my goodness! Alter, wie krass voll ist der... Ey, wie breit ist der Balken bei Hoffmann mittlerweile? Beim Dreier? What the... Okay, Leute. Okay. Story of the game. Jetzt packt der Rotz frech den Dreier aus. Ein frecher Barzi und der fällt. Trotz allem, was ein Wurf. Ich glaube, den habe ich jetzt wirklich aus Spaß genommen eigentlich. Dann ballert der den da ganz zu war in Rhein. Coming, ne? Holt ihn natürlich wieder. Kobe. Oh, da wird... Na, der war nicht gut. Das wollte ich auch gar nicht. Da einfach nur versuchen, den Ball reinzulegen. Sondern ich wollte mich da schon wegdrehen. Sadovanski. Der Name ist ungefähr so wie Antetokounmpo. Sadovanski und Antetokounmpo. Passt zu kommen. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, dass Schulis Wendel den im Aufbau wieder versammeln wird. Ja, schön weggedreht. Oh, Hoffman zieht ihn eigentlich schön raus. Und Kobe kommt dann mit dem Drive nicht vorbei. So, jetzt packe ich gleich noch den Fake aus. Und den Crossover. Alter, da kommt der Crossover wirklich. Und der Huckschwein. Eine Maschine. Eine Maschine. Wenn jetzt der Enkli-Brake auch noch gleich kommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Spin. Ja, Out of Bounce. Und so, den Angriff spielen wir jetzt noch. Nein. Darf ich jetzt auch... Komme ich nicht mehr ran. Okay. Gut. Wir simulieren wieder ein Stück. Und es bleibt eng. Es bleibt dieses Mal eng. Nein, jetzt ist wieder... Jetzt ist eigentlich schon wieder gegessen. Ja. Ist gegessen. Gut. Aber man hat es auch schon die ersten drei Partien gesehen. Das ist die San Antonio Spurs. Wir schauen rüber. Es ist immer das gleiche Bild. Lennart und Hayward treffen. Und der Rest einfach nicht. Du kannst so ein Spiel dann nicht gewinnen. Mit 76 Punkten kannst du ein Spiel nicht gewinnen. Das ist einfach so. Wir können nochmal rüberschauen zu uns. Eins von eins. Es ist so geil. Und holt natürlich wieder 16 Borts. Das ist auch wieder ein Wahnsinn. Angelo fasst mit einem Double Double und fünf Steals. Auch nicht ohne. So und jetzt wird es... Jetzt bin ich gespannt, ob Boston sich da noch irgendwie rausretten kann. Ich glaube es nicht. 3-0. Ich kann es mir nicht vorstellen. Fegen sie ihren Playoff-Gegner weg. Haben wir getan. Ich will... Das ist eigentlich... Boston muss eigentlich sicher weiterkommen. Aber okay. Simulieren wir das Spiel erstmal. 3-1. Nein. Ich habe es befürchtet. Die Bulls ziehen tatsächlich gegen dieses Überteam der Celtics. In die Conference fallen es ein. Das ist schon echt eine dicke Überraschung. So gut. Dann können wir jetzt die Runde eigentlich simulieren. Achso. Aber bitte die richtige Runde, wenn es geht. Und ja. Sie müssen ran gegen die Brooklyn Nets. Die gewinnen mit 4-2 gegen die Atlanta Hawks. Auf der anderen Seite. Wir müssen ran gegen die Suns. Die haben wir in der letzten Folge ja auch schon ein Gleichmenig beleuchtet. Ich schaue euch mal ganz kurz rein. Vom Coaching her. Angelo bleibt auf jeden Fall bei seinen 38 Minuten. Smart meckert jetzt momentan auch nicht rum. Na, Norman spielt jetzt nicht gerade ebenso überragend. Den nehme ich mal noch 2 Minuten weg. Siakam nehme ich auch mal noch 2 Minuten weg. Die gebe ich in dem Fall dann wirklich. Covington noch oben drauf. Und vielleicht auch wirklich, dass Hoffman noch mal 4 Minuten mehr spielt. Weil er einfach bärenstark ist derzeit. Und ja. Grant, Spades und Westfall. Die bleiben einfach draußen bei mir. Ansonsten durch den Bonus erreichen Angelo und Wiggins die 90. Kobe die 87. Also profitieren natürlich auch alle derzeit so ein klein wenig von ihrer aktuellen Laune. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit einer Folge von NBA 2K17. Wie gesagt, schreib mir gerne in die Kommentare, ob du vielleicht irgendwie Vorschläge hast für die Offseason. Ich habe mir jetzt so ein klein wenig offenbart, dass ich dann doch das ein oder andere umkrempeln werde. Besonders, wenn wir wirklich den dritten Titel in Folge holen sollten. Dann ist es vielleicht auch Zeit, mal jüngeren und anderen Spielern eine Chance zu geben. Ansonsten, Daumen nicht vergessen, liken, liken, liken. Von mir aus auch gerne teilen und beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei sein. Das Wichtigste, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du die Folge sehen magst. Bis dann, dein Max. Ciao.